Ganz tief verbunden miteinander, das macht glücklich, das erfüllt und das verändert die Welt zum Guten. Mischt euch ein bedeutet heute und für mich auch natürlich ganz persönlich herausgehen aus sich selbst, auf die anderen zu, mit ihnen Verständnis suchen für die gesellschaftliche Position, in der man steht und lebt und nicht nur daran denken, dorthin zu gehen, wo man von der Gesellschaft profitiert. Sie mittragen, sich befreien von dem eigenen, für die anderen da sein. Der Papst wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir nicht nebeneinander erleben, sondern ganz tief verbunden miteinander. Das macht glücklich, das erfüllt und das verändert die Welt zum Guten. Man sieht dann erst, was notwendig ist, wenn man auf den anderen schaut und besonders sich an die Ränder der Gesellschaft hinbewegt. Und plötzlich wird das Leben nochmal ganz interessant. Mischt euch ein!